Necaxa Football Club oder kurz Necaxa ist ein mexikanischer Fußballverein aus Aguascalientes. Im Jahr 2000 nahm der seinerzeit noch in Mexiko-Stadt beheimatete Verein an der ersten FIFA-Club-Weltmeisterschaft in Brasilien teil. Bei diesem Turnier belegte Necaxa hinter den beiden gastgebenden Klubs Corinthians Sao Paulo und Vasco da Gama einen respektablen dritten Platz. Profitierte dabei aber auch von den relativ unmotivierten Auftritten der beiden europäischen Top-Teams Real Madrid und Manchester United. Geschichte Zu Beginn der 1920er Jahre hatte William H. Frasser Ingenieur und Manager der Elektrizitätswerke Luth Y. Fürza gleich zwei Fußballmannschaften ins Leben gerufen, die zunächst beide als eine Art Betriebssportgruppe fungierten. Luth Y. Fürza, die Mannschaft der besagten Elektrizitätswerke und Tramvias, die Mannschaft der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Diese beiden Teams wirkten in der Saison 1922 3. und 20. in der Primera Fürza mit der seinerzeitigen Meisterschaft auf Amateurbasis in Mexiko. Die Mannschaft von Luth Y. Fürza hatte bereits am Campeonato del Centenario, einem um die besten Teams aus den Ligen von Jalisco und Werakus erweiterten Sonderturnier des Jahres 1921 teilgenommen, das den regulären Liga-Betrieb der Saison 1921 2. ersetzte. Nach nur einer Spielzeit, die Tramvias mit dem fünfte Platz und Luth Y. Fürza mit dem siebten Platz nicht wirklich erfolgreich beendet hatten, fusionierten die beiden Mannschaften am 21. August 1923 zum Necaxa Football Club. Der Name Necaxa wurde von dem gleichnamigen Fluss übernommen, der im benachbarten Bundesstaat Puebla entspringt und zur Gewinnung elektrischer Energie herangezogen wird, von der auch die ursprüngliche Heimat des Vereins, Mexiko-Stadt, profitiert. Der neue Verein ersetzte seine beiden Vorgängervereine mit sofortiger Wirkung in der Primera Fürza und wirkte in derselben ohne Unterbrechung bis zu deren letzter Saison 1942 43. mit. Als 1943 44. die Profiliga eingeführt wurde, verzichtete Necaxa auf eine Teilnahme, weil der Verein den Profifußball zu jener Zeit strikt ablehnte. Weil er dadurch jedoch den Anschluss zu verlieren drohte, stieg er 1950 doch in die Primera-Division ein. Wobei er zu diesem Zeitpunkt vom gleichzeitigen Rückzug der Vereine Asturias, Espanar und Moctezuma profitierte und an deren Stelle bei gleichzeitiger Reduzierung der Liga von 14 auf 12 Mannschaften ins Fußballoberhaus aufgenommen wurde. 1971 wurde Necaxa von spanischen Geschäftsleuten erworben, die dem Verein ein neues Image verpassen wollten und ihn in Erinnerung an den 15-fachen mexikanischen Meister Real Club Espanar, der ebenfalls in Mexiko-Stadt beheimatet ist, sich jedoch bereits 1950 aus dem Profifußball zurückgezogen hat, in Atletico Español umbenannten. 1982 erfolgte die Rückbenennung in Necaxa. Der Verein hatte zwei erfolgreiche Epochen, in denen er seine insgesamt sieben Meistertitel gewann. Vier davon resultieren aus den 1930er Jahren und die anderen drei aus den 1990er Jahren. Der Star der 1930er Jahre war die Mannschaft an sich, die auch unter der Bezeichnung Once Hermanos bekannt wurde. Der Star der 1990er Jahre war Alex Aguinaga. Trotz seiner sporadischen sportlichen Erfolge stand der Club Necaxa, der bis 2003 in Mexiko-Stadt beheimatet war. Seit Einführung der mexikanischen Profifußball-Liga immer im Schatten seiner Hauptstadt-Konkurrenten, die allesamt eine höhere Popularität genossen. Daher zog der Verein vor der Saison 2003-04 nach Aguascalientes in der Hoffnung, sich dort ein neues Umfeld zu erschließen. Die Meistermannschaften des Club Necaxa Aufgrund der dürftigen Quellenlage können nicht mehr alle Spieler aus dem jeweiligen Kader der Meistermannschaften von Necaxa nachvollzogen werden. Daher werden nachstehend alle Spieler in alphabetischer Reihenfolge genannt, deren Beteiligung an zumindest einem Meistertitel nachgewiesen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der lückenhaften Dokumentation einige der genannten Spieler möglicherweise mehr Meistertitel gewinnen konnten als hier angegeben. Die Darstellung erfolgt in zwei getrennten Abschnitten, wobei zunächst die Spieler der vier Meisterschaften in den 1930er Jahren und anschließend die Spieler der drei Meisterschaften in den 1990er Jahren Aufgeführt sind Spieler, die in den 1930er Jahren mit Necaxa Meister wurden Spieler, die in den 1990er Jahren mit Necaxa Meister wurden Erfolge Amateur-Ära-Meisterschaft Pokal 1925 26. 1932 33. 1935 36. Profi-Ära-Meisterschaft Pokal Campeon de Campeones Copa de Campeones de la CONCACAF Copa Gigante de CONCACAF Teilnahme an der FIFA Vereinsweltmeisterschaft